Eine Frage. Ja. Bevor ich mich entscheiden werde, hab ich noch einen Song für euch geschrieben. Darf ich den einmal vorstellen? Klar. Klar. Ich hab eine Ukulele eigentlich. Ach ja, der hat doch den Song geschrieben. Das hab ich total vergessen. Bitte schön. Danke. Ukulele bring ich dir auch. Hier ist sie. Brauchst du noch irgendwas? Nö, das geht. Alles klar. Darf ich anfangen? Nö. Wenn du willst. Alvaro, der Weltstar bei der Voice of... Entschuldigung. Kinder zeigt es den Coaches mit seinem spanischen Akzent. Wenn Lena hier reinkommt, dann rasten alle aus. Mit ihrer Number One im Sing zieht sie die Talents an. Doch Vincent, der einzige Deutschsänger hier. Berlin, are you ready for some rap? Yeah! Woah! Damn! Ja, mich hier ins Modo, die Ältesten hier. Die Gewinner vom letzten Jahr, sie sind wieder hier. Sie blinken nach vorn auf den nächsten Gewinn. Oder sieht man, ja, ja, sie sind wieder drin. Ja! Was ein cooler Typ, ey! Mega gemacht! Hey, krass! Wow! Was ist das denn? Das war so super. Danke schon. Hast du das ganz alleine geschrieben? Ja. Wirklich? Wow! Das heißt, du kannst mit zehn Jahren schon Songs schreiben, rappen, Ukulele spielen, singen, bist selbst bloß auf der Bühne. Glaube ich schon. Du glaubst schon? Mhm. Mhm.